Heute machen wir Nikolausköpfe aus süssem Hefeteig. Dazu brauche ich natürlich als erstes einen süssen Hefeteig nach der Gare. Kugeln formen, das ist unsere Basis. Ich rolle mir auch noch einen Teig aus zum Dekorieren. Dann mache ich mir zuerst einmal die Mütze, dann die Nase, die ziehe ich hinten durch. Einen Schnauzer, lege ihn unter die Nase, damit er nicht abfällt beim Backen. Augen eindrücken, mit Ei bestreichen, gehen lassen, nochmal mit Ei bestreichen. Ausdekorieren mit etwas Hagelzucker, Goldgelb backen. So einfach sind die Dinge und schmecken unglaublich lecker. Hier einen Screenshot machen für das Rezept. Vollversion auf YouTube oder einfach einen Kommentar da lassen, wenn du Hilfe brauchst.